Ja, wunderschönen guten Tag zusammen, der Moritz für euch von Session hier in Frankfurt und wir haben mal wieder einen tollen Workshop für euch an Land gezogen, zusammen mit der Firma Maypex, man kann es unschwer erkennen, hier stehen so ein paar Snairs um mich rum, hinter mir ist auch noch ein Schlagzeug und ein Drummer, den ihr vielleicht kennt, vielleicht auch nicht, aber egal, ihr müsst auf jeden Fall vorbeischauen, weil er ist der absolute Hammer. Matt Halpern heißt der Mann und er ist auf Tour, es gibt nur ganz wenige, eine Handvoll Termine in ganz Deutschland und wie gesagt mit Maypex, mit der The Over The Edge Tour, weil Maypex hat eine Kesselgeratung, das heißt die Auflagefläche, wo das Fell und der Kessel sich berühren, die nennt sich Sonic Clear Bearing Edge, also eine ganz besondere Geschichte, leicht angerundet, damit ihr den maximalen Ton aus eurem Drumset rauskriegt und diese Over The Edge Tour findet auch bei uns statt am 13.09.2016, los geht's um 19 Uhr, bisschen früher da sein vielleicht, damit ihr auch einen guten Platz abbekommt, auf jeden Fall anmelden bei uns auf matt.helpern.session.de, findet ihr auch alles nochmal bei uns auf der Webseite, im Blog, im Veranstaltungskalender, auf Facebook, überall, Social Media mäßig sind wir da unterwegs, also 13.09. Frankfurt Session Matt Halpern mit Maypex The Over The Edge Tour auf jeden Fall vorbeischauen, tschüss! k w auf jeden Fall